Eine Systemdarstellung ist sozusagen ein Prospekt in Sachen Franchising. In diesem Prospekt in Sachen Franchising erfährt der zukünftige Franchisenehmer, welche Leistungen er im Rahmen dieses Franchise-Systems erhält. Er erfährt aber auch das Anforderungsprofil an ihn als zukünftigen Franchisenehmer. Idealerweise findet man in so einer Systemdarstellung auch Informationen zu den benötigten Investitionen und zu den Gebühren im Franchise-System.